Hey Kinder, wusstet ihr, dass Schlaf wichtig für euch ist, vor allem damit euer Gehirn richtig funktioniert? Nun, ich dachte mir, was ist etwas Witziges? Nun, das sind Leute, die dämlich sind, also so absolut dämlich, bei denen man sich fragt, wie sie überhaupt genug Gehirnleistung haben, um zu atmen. Also dachte ich mir, ich werde einfach mal... Man merkt schon die Effekte. Also ich werde progressiv weniger und weniger aufnahmefähig sein. Aber schön zusammengeschnitten. Aber schön zusammengeschnitten, damit es für euch mehr lustig als komisch ist. Der Plan ist folgendermaßen. Und ich hoffe, dass dadurch etwas Lustiges passiert. Völlerei ist ja eine Todsünde. Weil, stellt euch mal vor, ihr kocht was und es schmeckt geil. Ich bin aber nicht so geskillt in meinem Bratkartoffelskill, den muss ich noch ein bisschen leveln. Kennt da vielleicht jemand gute Quests, die man dafür machen kann? Migration. Migration. Ich mein, all die Rassisten und so. Willst du mir sagen, Ausländer haben Deutschland nichts Gutes gebracht und wir waren immer gut. Hast du mal ausländisches Essen gegessen? Okay, okay, rassistisch, du hast Menschen, okay. Aber du hast Döner, alles okay, nein, offensichtlicherweise nicht. Aber was ist fa- okay, vieles ist bei dir falsch. Du möchtest es nicht mag, aber das ist der idealen Mannschaft. Das ist, was Peak Performance aussieht. So, hier, das bin so ich, wenn ich so mal denke, meine Bratkartoffeln verbrennen. Meine Bratkartoffeln verbraten sich. Meine Bratkartoffeln verbrennen sich. Meine Bratkartoffeln verbraten sich. Meine Bratkartoffeln hab ich in den Ofen getan. Meine Bratkartoffeln verbrennen sich. Ich verbrenne meine Bratkartoffeln. Ich verbrate mich, wenn ich meine Bratkartoffeln hole. Laufen, for real, sehr underrated. Das ist 19. Jahrhundert, Franz. Hans, Hans, der wollte seinen Kumpel Franz besuchen, der eine Gans hat und die Gans, die glänzte. Und der Hans hatte kein Benz, also musste er zu Fuß, zu Franz, also musste Hans zu Fuß mit zu Franz mit seiner Gans, die glänzt fahren, weil er kein Mercedes-Benz hatte. Aber heutzutage, heutzutage denkt sich niemand mehr, ach, laufen, ja, lass mal hier nach Bremen laufen. Nein, das denkt sich niemand, weil sie alle ein Mercedes-Benz haben, mit dem sie lieber zu ihren Kumpeln fahren. Leute, das ist nicht gut für euch. Also hier die simple Logik. Hab einfach keine Freunde. Okay, wir sind beim Buchstaben S angelangt. Ich hatte erwartet, ich hatte gehofft, dass dieser Moment nicht so schnell kommt. Aber lasst uns über Sex reden. Sex, Sex, Lehrwort aus der Englischen Sprache von Lateinisch, Sexus, Geschlecht, bezeichnet die praktische Ausübung von Sexualität als Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Empfindungen und Interaktionen von Lebewesen in Bezug auf ihre Geschlechtigkeit. Ich glaube, das muss ich zensieren. Ich glaube, ich muss hier, oh Gott, oh Gott, das war eine schlechte Idee. Hier, wer braucht schon Bilder? Also, erstmal hier schön weiterbilden. Junge, jemand hatte echt viel Spaß, als er diese Seite hier gemacht hat. Okay, das war alles, was ich zum Thema sagen konnte. Xylophone, vor allem, underratedes Instrument. Willst du mich heiraten? Das passiert nie, Jungs. Vielleicht läuft alles falsch, wie du findest, wie dein Leben laufen sollte. Aber am Ende wird vielleicht das dein Leben zu was wirklich Besonderem machen. Ich meine, können wir mal bei so einem richtig geilen Essen, so richtig geil, einfach mal sagen, Zugabe statt Nachschlag. Aber ich stelle dir vor, beim Boxing, du sagst Nachschlag. Warum sagt man das nicht beim Boxing? Nachschlag, ich hätte einmal bitte Nachschlag, bitte. Okay, zurück zum Thema. Habt ihr euch mal so einen Graph von einer Lobotomie angesehen? Junge, kann dieses scheiß Interminent mal klarkommen? Warum muss das durchs Auge gehen? Ich meine, du zerstörst gerade einen wichtigen Teil des Gehirns, deswegen soll es wissenschaftlich sein. Aber du musst es doch bemerken. Ich meine, du konntest nicht einfach hingehen und so einen Teil durchs Auge schieben und denken, ja, das ist doch vollkommen richtig, was wir hier machen. Ich meine, wer hat sich das ausgedacht? Antonio Egas Moniz. Ich war kurz davor zu sagen, vielleicht habe ich ja eine Lobotomie bekommen. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wie geschmacklos das wäre. Ich meine Lobotomie dann nicht mehr durchgeführt, also denke ich mal, es geht hauptsächlich weiter. Ich sage einfach, ich bin nicht zurechtungsfähig. Ich bin gerade so müde, ich bin praktisch betrunken. Ich darf nicht Autofahren in diesem Zustand, weil ich keinen Führerschein habe. Aber hätte ich einen, wäre das keine gute Idee, weil ich nicht Autofahren kann. Institutionell werden kleine Menschen diskriminiert. Weil, ich stelle vor, ich meine, all die Sachen, die man kaufen muss, Klopapier und so. Wo soll man das lagern? Oben auf dem Regal. Wo kommen kleine Menschen nicht hin? Oben aufs Regal. Wie zeichnen Leute mit einer Maus, bitte? Weißt du, wie schlimm das ist für uns großen Menschen? Wir müssen die ganze Zeit kleinen Menschen ihre Sachen von oben holen. Olaf, ich sehe jeden Tag, wie zahllose kleine Menschen wegen ihrer Größe auf Twitter gemobbt werden. Ich meine, es ist extrem lustig und es ist extrem praktisch. Ich meine, so kleine Menschen, wenn die halt, wenn die dir halt ein bisschen auf die Nerven gehen und schiebst du sie halt hoch und wirfst sie weg wie ein Football. Sind ja auch ungefähr so groß und so schwer. Aber, das ist gerade nicht das Thema. Ich meine, wer hat die kleinen Menschen nach ihrer bedeutungslosen Meinung gefragt? Ich nicht, täglich kriege ich null Briefe von kleinen Menschen, die mir ihr Leid mitteilen, was sie nur erfahren, weil sie klein sind und winzig. Bist du unaufmerksam? Trittst du auf sie? Ich meine, das ist doch kein Leben. Olaf, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir könnten, warum kann nicht Ratio Farmer einfach irgendein Heilmittel für unter 1,75 sein erfinden? Kleinen Menschen, kannst du einfach was nehmen und einfach hochhalten, was soll sie tun? Es nehmen, ach nee, können sie nicht, denn sie sind klein. Viel kleiner als du. Olaf, wir leben in einer Zweiklassengesellschaft, zwischen denen, die den oberen Teil des Kühlschranks gesehen haben und denen, die es nicht getan haben. Weißt du, was diese Menschen verpassen, Olaf? Mach endlich was gegen kleine Menschen für kleine Menschen. Wasser mitten in der Nacht ist wie Alkohol beim Fahren. Ein Spaß für die ganze Familie. Erneut diese Videos wurden ohne jeglichen Einfluss von Extrasubstanzen gemacht. Sehr viele Vodafone-Mitarbeiter stehen auf meiner Todesliste wegen diesem Internet. Wisst ihr, wer auch Wasser getrunken hat? Hitler. Zum Glück habe ich seitdem auf ein Band umgeschaltet, was absolut gar nichts mit Nazis zu tun hat, nämlich Fanta. Schlechte Neuigkeiten, liebe Zuschauer. Die Sendung wurde leider abgesetzt, bevor die erste Folge überhaupt vorbei war. Aber, also, falls sie sich denken, ah, das hier ist Peak Cinema, lassen sie ein Like da, damit der Studio-Boss eventuell sagen kann, wir booten die Show jetzt. Vielleicht ist es gut für... Ich kippe gleich um. Es ist... Es ist... Es ist elf Uhr. Ich bin um... Elf Uhr. Ich... 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 Ich dachte, das hier ist der Höhepunkt meines Lebens. Und ich werde... Ja, ich schla... Es ist elf Uhr. Ich fühle mich, als würde ich gerade im Sterben liegen. Wie... Vielleicht habe ich einfach mentale Probleme, weswegen... Ich als einfach so sehr mag zu schlafen, ne? Das ist vermutlich eine sehr gute Erklärung. Ja, das würde sehr viel erklären. Ja, das würde sehr viel erklären.